Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tipps der Woche. Unser Tipp der Woche für Sie heute ist die Aktie von MTU Aero Engines. Wir sehen es hier bereits seit Jahresbeginn MTU mit einer beeindruckenden Rallye. Rund 50 Prozent Kursgewinn hat die Aktie gemacht und das hat seine Gründe. Zum einen laufen die Geschäfte bei MTU richtig gut und die hohen Auftragsbestände der Flugzeugbauer dürften dafür sorgen, dass der Triebwerkhersteller auch in den kommenden Monaten und Jahren weiter gute Geschäfte macht, hohe Umsätze, gute Margen erzielen kann. Das dürfte den Kurs langfristig weiter beflügeln und aktuell gibt es zudem noch einen weiteren Trigger, denn MTU steht kurz davor in den DAX aufzusteigen. In der kommenden Woche gibt die deutsche Börse bekannt, wie die Indizes sich verändern werden und es deutet viel darauf hin, dass ThyssenKrupp den Platz im DAX räumen muss und dafür MTU als neuer Wert hinzukommen könnte. Und das könnte in der kommenden Woche für steigende Kurse sorgen, denn viele Fonds, die sich an den Indizes orientieren müssen, müssten sich eindecken, müssten die Aktie von MTU kaufen. Neue Investoren werden auf MTU aufmerksam und wir setzen darauf, das hat auch die Vergangenheit bereits gesagt, dass das eben den Kurs weiter beflügeln kann. Und hier haben wir auch wieder ein geeignetes Produkt für Sie, einen Turbo Bull mit einem Hebel von rund 3,5, dann aktueller Kurs 6,92 Euro und wir setzen eben darauf, dass die DAX-Fantasie hier für deutlich höhere Kurse sorgen wird. Abgesichert werden sollte das Ganze in turbulenten Zeiten mit einem Stoppkurs bei 5,50 Euro. Klicken wir noch einmal auf das Produkt der letzten Woche. In der vergangenen Woche ein Discount-Call auf Apple. Wir sehen es hier, Ende vergangener Woche die Apple-Aktie etwas unter Druck beziehungsweise etwas stärker unter Druck geraten. Das Ganze hing natürlich zusammen mit Donald Trumps Twitter-Tiraten, die die gesamten US-Börsen unter Druck gebracht haben. Aktuell aber bereits im frühen Handel heute die Meldung, dass sich die USA wieder mit China an den Verhandlungstisch setzen wollen. Das könnte die Aktie wieder etwas antreiben, könnte für Beruhigung im Handelsstreit sorgen. Und Apple als iPhone-Hersteller, der viele Teile aus China bekommt, ist eben besonders stark betroffen. Jetzt richtig, der Discount-Call auf Apple. Empfehlungskost vergangene Woche war 11,55 Euro. Viel ist noch nicht passiert. Aktueller Kost 10,78 Euro. Der Discount-Call hat einen Cap von 210 Dollar und das könnte in dem volatilen Marktumfeld schnell wieder erreicht werden. Deswegen bleiben wir dabei. Wir setzen auf diesen Discount-Call, sehen Apple gut gerüstet. Der Stoppkost bleibt bei 9,40 Euro und dann sind sie auch in schwierigen Tagen des Handelskonflikts sehr gut gerüstet. Ich wünsche Ihnen für die kommende Woche gute Kurse und wir sehen uns dann hoffentlich in der kommenden Woche wieder mit einer neuen Ausgabe des Tipps der Woche.